Wir haben vor fünf Jahren erlebt, am 23. August 2005, welche Bedeutung es hat bei einem Katastrophenereignis, wenn funktionierende regionale Strukturen im Bereich der Katastrophenbekämpfung des Hilfs- und Rettungswesens vorhanden sind. Wir waren dort in der Lage, flächendeckend über Feuerwehr, Bergrettung, Wasserrettung, Rotes Kreuz, natürlich dann auch Bundesheer und Exekutive Hilfestellung zu bieten, als in einer Nacht in zwei Drittel der Gemeinden, 67 Gemeinden, Schäden aufgetreten sind, beziehungsweise Hilfestellung notwendig war. Wir können heute in einem Teilbereich dieses Rettungswesens, nämlich der Flugrettung, ein Ergebnis vorlegen, das sehr erfreulich ist. Das Land hat vor Jahren die Entscheidung getroffen, einen Flugrettungsstandort im Bereich Nenzing zu sichern und von dort aus das Gesamtsystem der Flugrettung, jedenfalls den wesentlichen Teil des Gesamtsystems zu betreuen. Diese Entscheidung hat sich bewährt. Es hat sich auch bewährt die Partnerschaft zwischen der Bergrettung, die die Flugrettung organisiert und Personal der Flugretter zur Verfügung stellt und dem ÖAMTC, der bei diesem Kernbereich des Systems das Fluggerät und die Piloten zur Verfügung stellt. Diese Partnerschaft hat sich sehr gut bewährt. Die österreichweite Kündigung dem Innenministerium gegenüber hat eine gewisse Diskussion ausgelöst. Ich bin froh, dass es gelungen ist, in Vorarlberg die Partnerschaft fortzusetzen, also eine Vorarlberger Lösung zu finden, die die Fortsetzung der bisher guten und bewährten Partnerschaft bedeutet. Die Bergrettung mit ihren Ehrenamtlichen, die mit hervorragender Qualität die Dienstleistung vornehmen und ein starker Partner im ÖAMTC, der ebenfalls hervorragende Qualität der ihm zukommenden Leistung garantiert. Der Vertrag ist heute unterschrieben worden zwischen dem Partner Bergrettung und ÖAMTC und wir freuen uns, es wird für die betroffenen Patienten, sei es Unfallopfer, sei es Patienten, die einer akuten Erkrankung unterliegen, Einheimischen wie Gästen in gewohnt guter Qualität diese Dienstleistung weiterhin angeboten.